womit beschäftigen sich die meisten jugendlichen du darfst antwort mit ihrem körper er will einen und trotzdem hat er nur einen pack aber zusammengebracht glaubt ihr mir dass es frauen gibt die schminkt sich über zwei stunden und sie trotzdem hässlich aus überlegt mal zwei stunden wie lange dauern fünf gebete wenn man sie gut betet jetzt nicht in einer ich will keine moschee nach nennen in einer moschee wo frühsport und so gemacht wird wie lange dauert ein wie lange dauern die fünf gebete bitteschön halbe stunde das sind schon sehr sehr gute gebete dabei machst du so viel da war das sind sehr gute gebete wie lange schminkt sie sich zwei stunden und bei allah es gibt frauen wo mir berichtet wurde sie machen kein modul für das gebet weil sonst müssten sie sich abschminken und daher sagte rasulullah von allahu alaihi wassalam in allah lea jamburu ina agi samikum war la ila suarikum war lakin allahe jamburu ila kolobikum allah er schaut weder auf euer aussehen allah hat dich so erschaffen ja die achi wenn allah dich schwarz erschaffen hat wirst du niemals weiß werden und wenn du weiß bist wirst du niemals schwarz werden und wenn allah also stellt dich 180 erschaffen hat wirst du niemals 250 werde so hat allah dich erschaffen allah wird dich dafür nicht zur rechenschaft ziehen der eine ist hübscher und der andere ist weniger hübsch so hat allah ein jeden erschaffen und risk ist bei allah ja es gibt einige brüder der sagt subhanallah ich sehe so gut aus aber der andere bekommt immer eine wunderschöne ehefrau ja fragt dich mal warum allah versorgt wem er will und daher der prophet muhammad sallallahu alaihi wassalam sagte allah schaut weder auf was auf eure körper weil manche leute sind wie lange im fitnessstudio jeden tag zwei stunden und er ist trotzdem so dünn der kann mit zwei augen durch ein schlüsselloch gucken was hast du jetzt gemacht zwei stunden kennt ihr die so laufen ja du lachst dich tot über diese leute er bleibt zwei stunden im fitnessstudio und die gesamte zeit überlegt er was er anzieht wie er aussieht parfüm hier parfüm da er kümmert sich um sein aussehen und um seinen körper aber was ist mit seinem herzen was ist mit seinem herzen und was sagt der rasul was aber man muss aber schaut nicht auf euren körper und nicht auf euren auch und nicht auf euer aussehen sondern vielmehr schaut aber auf eure herzen unsere herzen müssen wir reinigen liebe geschwister und wallahi das ist ein schwerer kampf in so einer zeit ein reines herz zu behalten allah azzawajal sagt an einem tag wo einem menschen weder vermögen noch kinder etwas nützen werden außer der der mit einem reinen herzen zu allah zurückkehrt du musst versuchen in einer kranken welt was zu behalten ein du musst versuchen in einer kranken welt ein gesundes herz zu behalten ist das leicht oder schwer weil das ist sehr schwer das ist sehr sehr schwer sogar sehen wir dinge die unseren verstand springen diese leute die heute kommen sie machen alle möglichen sünde und du bist der verrückte wenn sie sehen dass du allah anbietest du bist für sie der verrückte wenn du etwas über die religion des islams erzählst du bist der verrückte selbst seine eigene familie die sagen die übertreibt nicht allahu akbar aber sie stehen da drauf dass du sie muslime nennst aber sie wollen mit dem islam nichts zu tun haben warum wer hat ihre herzen verdorben wer hat ihre herzen verdorben sagt es mir diese leute die eigentlich von natur aus muslime sind wer oder was hat ihre herzen verdorben bitteschön namen du hast dich gemeldet du hast dich für ihn gemeldet wer weiß ich noch nicht wer oder was hat unsere herzen verdorben bitteschön ja aber was hat man jetzt mit leuten zu tun die den islam hast du sagst schon was richtiges aber leute die den islam hasten was machen sie sie schreiben zum beispiel die zeitung machen medien ok womit sind die medien oder womit sind die muslime den ganzen tag beschäftigt mit den medien der kuffahr oder mit dem koran mit den medien der kuffahr dann liest er und liest und liest und dann bekommt der angst vor sich selber er sagt ich möchte kein salafist sein eine frage an euch liebe geschwister wenn rasul in dieser heutigen zeit gelebt hätte wir würden ihnen die medien bezeichnen eine frage an euch was würden sie über ihn sagen terrorist was noch bitte lügner extremist islam ist all das würden sie heute auch zum propheten muhammad sallahu aleyhi wa sallam sagt denkt ihr hätten ein problem damit ja jetzt weil irgendwelche kuffar die keine rechtsleitung haben wenn sie etwas über dich sagen sollte dich das interessieren warum liest du dann was sie über dich sagen schaut mal was allah als aber dann über eine irregehende gruppe sagt samana lille kettet allah wird sie nicht recht leiten die der lüge zuhören eine frage was sind medien anderes außer außer lüge allah hat über diejenigen gesagt wie der lüge zu hören samana lille kette die der leute die der lüge zuhören und dann was soll mit deinem herzen passieren wenn du immer so eine zeitung liest dann wirst du den glauben und du wirst angst vor uns bekommen wollen ab ihm du wirst angst vor uns bekommen du brauchst ein reines herz aber mit deinen homies momo und jojo wirst du kein reines herz behalten durch diese leute momo und jojo fängst du an schlecht über deine gläubigen brüder zu denken und das ist was bischen sagte einer der salle er sagte wenn du mit schlechten leuten zusammen bist dann wirst du dann wirst du wie sie und du wirst schlecht über wen denken über die über die guten leute das ist passiert wie kriegen wir ein reines herz ließ den koran ja ich möchte keine meldung haben aber wann habt ihr das letzte mal koran gelesen manche leute manche leute im letzten ramadan und jetzt im nächsten ramadan wird er den koran wieder heraus das heißt wie lange hat er den koran nicht gelesen fast ein jahr was sagt allah azzawajal inna hazel korana jahdi lilleti via aqwam wa yubashiru al mu'minin allazina yamaluna salihat anna lahum ajaran kabira nicht hasar kabira deine zwölf jahre waren schon komisch war nicht dieser koran leitet zu einem besseren weg wozu leitet dieser koran zu einem besseren weg so wie allah nicht haben möchte weil im koran siehst du die eigenschaften der heuchler und im koran siehst du die eigenschaften der kuffart und im koran liest du die eigenschaften der gläubigen dann weißt du welcher gruppe du dich zuschreibst aber wenn du nicht weißt was die eigenschaften der kuffart sind wenn du nicht weißt was die eigenschaften der heuchler sind dann subhanal malik dann wirst du genau wie sie werden und daher ist es wichtig dass wir uns mit dem koran beschäftigen dieser koran ist nicht nur da damit wir ihn an unser auto hängen es gibt leute der hat so eine kleine statur vom koran und da hängt er das in deinem auto das ist nicht dafür gemacht der koran ist auch nicht für tote der koran ist für uns damit er uns was lebendig macht damit wir uns mit dem koran identifizieren wollen der koran ist der größte stolz liebe geschwister so haben schaut mal als er getötet wurde in seinem haus von in khawarij dann ist sein blut gespritzt auf ayat aus surat al-baqar allah sagt fasa yakfi kahumullah allah wird dich allah wird dir genügen ihm gegenüber auf diese verse ist das blut von usman gespritzt wisst ihr was allah uns damit sagen wollte wofür ist auf man gestorben für den koran für den islam für die botschaft das war eine ehrung für das war was eine ehrung für ihn aber wir sind so weit vom koran entfernt jeder von uns redet marshal war der koran und koran und koran wenn du ihn fragst was heißt assamman er sagt er später fragst du er weiß es nicht und wo ist unsere beschäftigung mit dem koran schaut mal liebe geschwister subhanallah jaum ul qiyama gibt es zwei gruppen von menschen es gibt die kuffar und die und die gläubigen die heuchler sind auch unter den unter den koffer sowohl die heuchler als auch die kuffar gehen wo rein für ewig ins in das höllenfeuer die gläubigen sind zwei gruppen oder drei gruppen manche von ihnen gehen direkt in das paradies herein manche müssen warten und dann gehen sie in das paradies herein um manche werden erst im höllenfeuer bestraft und dann gehen sie in das paradies möge also schon uns ohne abrechnung in das paradies eingehen lassen so wird eine person der am längsten im höllenfeuer war vielleicht hunderttausende von jahren vielleicht eine million von jahren niemand weiß dass aus allah er wird irgendwann herausgebracht aus dem höllenfeuer so wird er solange allah beten ja allah lass mich raus lass mich raus lass mich raus bis allah subhanahu wa ta'ala über ihn lacht wenn allah subhanahu wa ta'ala über ihn lacht wenn allah subhanahu wa ta'ala über diesen diener lacht dann sagt er ihm geh rein in das paradies wenn er dann das paradies betritt wenn er wenn er dann das paradies betritt sagt allah zu ihm wünscht dir etwas was denkt ihr eine person der nichts richtiges von der welt gesehen hat was kann er sich großartig wünschen er wird ein paar sachen kennen aber die meisten guten sachen kennt denn ich ja ich bin mir sicher manche von euch sind noch nie aus bremen rausgekommen richtig ihr nehmt die ganze zeit hier was kennt ihr schon von der dunia gar nichts keiner von euch hat die karibik gesehen das weiße meer gibt es ja gar nicht der weiße strand keiner von euch hat diese sachen gesehen ich auch nicht ich bin besser als ihr aber auch zwischen braunschweig und bremen und berlin wir haben gar nichts gesehen allah sagt zu ihm was passiert dann dann sagt er ich möchte das und das und das ein schönes haus eine schöne frau ein schönen auch ein schönes auto er wünscht sich was dann bricht auf einmal alles bei ihm ab er weiß nicht mehr was er sich wünschen will was passiert danach hat er dann tat biel amani karlallahu azawajal dann wird allah subhanahu wa ta'ala wenn er nicht mehr weiter weiß dieser diener allah wird ihn sagen aber wird ihn erinnern was er sich noch wünschen kann weil er gar nichts kennt von dieser dunia dieser kennt gar nichts von der dunia wisst ihr damals in im osten damals war ja der westen und der osten zusammen der osten kannte damals keine bananen wisst ihr das konnten keine bananen wir haben noch nie zuvor bananen gesehen am besten konnte man das soll ich es wiederholen ich glaube nicht letzte manche im osten kannte man keine banner was ist passiert danach als sie im osten die banane kennengelernt haben waren sie abu bananen die wollten nie wieder die banane verlassen die leute in der wirtschaft denn das latentes bedürfnis das heißt du kanntest eine sache nicht aber als du sie kennengelernt hast wolltest du sie nicht mehr vermisst diese sache bei diesem mann der wusste gar nichts von der dunia er hat sich gewünscht und gewünscht aber aber die noch mehr erinnert was er sich wünschen kann dann sagt zu ihnen allah subhanahu wa ta'ala das gehört dir und noch mal dasselbe und noch mal dasselbe und noch mal dasselbe und noch mal dasselbe fünf mal und das zehnfache noch mal davon das heißt 50 mal bekommt er als ärmster paradiesbewohner was der reicheste könig in dieser welt besessen hat 50 mal so viel was war ja der beste oder der ärmste der armste paradiesbewohner der als letztes aus dem höllenfeuer herausgekommen was denkt ihr was abu becker und homar und ali bekommen was bekommen sie glaubt nicht dass das paradies gleich ist für einen jeden dieser aber er ist so begeistert dann sagt er die von uns bei ihm ein muslim liebe geschwister dann sagt er nachdem er sein haus gesehen hat zum mayat holo beta hu er betritt dann sein haus vertrete holo alihi saujata minal huri ein dann kommt zu ihm seine zwei frauen von den huri das heißt er hat nicht nur ein haus bekommen in zu der ausstattung des hauses gehören auch zwei von huri leid für ihn als ärmsten paradiesbewohner dann sagen sie zu ihm alhamdulillahi ladhi ahya kalana alles lob gebührt allah der dich für uns zum leben erweckt hat wenn er das hört dann sagt er der ärmste paradiesbewohner mehr ort die er hat und missler niemand hat besseres bekommen als sich und erst was der ärmste paradiesbewohner allah hat ihn geert normalerweise denkt man dieser müsste für ewig im höllenfeuer sein was denkt ihr wenn das der ärmste paradiesbewohner ist was denkt ihr was er an sünden gemacht hat er hat keine sünde ausgelassen und das jeden tag der bleibt deswegen so lange im höllenfeuer nicht weil er viel gebetet hat und gefastet hat und den koran gelesen hat und gut zu den menschen war er bleibt er ist im höllenfeuer weil er die übelsten aller sünden gemacht und trotzdem obwohl aber das nicht lieb dass man ihm gegenüber sind was hat man zum schluss gemacht er hat ihn gereinigt richtig aber er hat ihn zum schluss auch wo reingetan in ein paradies garten und er hat ihn 50 mal so viel gegeben wie der reicheste könig in dieser erde das ist allah azawajal subhanah wüsstest du das nur über allah dann würdest du ein ganz anderes bild haben dann eine wunderschöne über